Einen Kaffee. Danke. Du weißt schon, dass zu viel Kaffee ungesund ist? Die Liebe ist doch auch ungesund. Dass der sich nochmal hertraut. Naja, er ist ja angeblich geheilt. Vielleicht sollten wir ihm eine Chance geben. Selbst wenn. Ich glaube nicht, dass Lydia und Sebastian jemals was mit ihm zu tun haben wollen. Lydia! Du siehst aus, als könntest du einen Drink gebrauchen. Nee, vielen Dank, ich bin gleich wieder weg. Lydia! Setz dich doch! Nee, vielen Dank, ich stehe lieber. Tschau. Ich habe nie erlebt, von wegen Spitzengehalt. Sie sind doch Halsabschneider! Guten Morgen!